Heute ist der 3. Oktober nach der Deutschen Einheit und wir sind immer nur in der Ottwäller gefahren, weil man mit der Ostertalbahn wohne fahre. Ottwäller war ich früher oft gewesen, also vier Jahre lang, weil ich dort zur Schulgang bin. Aber jetzt schon Jahrzehnte nehm ich. Wir sitzen so wirklich in der Holzklasse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020